Hey Leute, was geht? Euer Wizard am Start und jetzt erzähl ich euch mal was weil es Real Talk ist heute mal wieder und ich fahre mit vorher schon ein Video drehen und das hebe ich mir auf vielleicht so wie es irgendwann mal das ist so ein kleiner Nervenzusammenbuch und jo den wollte ich jetzt nicht das ist immer zu sad irgendwie das ist zu real aber ich will es jetzt gerade nicht das zweite Video nach meiner Pause gleich so ein kleiner Nervenzusammenbuch das geht doch nicht aber übrigens am nächsten Montag kommt sehr wahrscheinlich wieder Shizu-Tag, also Shizu-Story-Time vielleicht auch Shizu-Tag, keine Ahnung ich hab viel zu erzählen auf jeden Fall und naja, ich bin jetzt schon im vierten Tag Nikotin-frei und schon die vierte Woche Zigaretten-frei da bin ich echt stolz an mich läuft bei mir ich hoffe es läuft auch bei euch alles in Ordnung im blauen Bereich ja ich hab nämlich sämtliches Licht naa, wollt ihr einen Jock machen? hab ich gerade versaut ich hab die Jock versaut aaaaaaah naa, das mach ich jetzt eben ein anderes Mal nicht so Maschig bop 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 gspot 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 ein gspot bewerbach aber wuss lass mir das jetzt genug geredet wenn ihr wollt euch über irgendein bestimmtes Thema oder mit euch ein Video mache oder sonst irgendwas dann schreibt mir einfach in die Kommentare und jo ich glaube das war es für das erste lasst ein Abo und ein Like da und vielleicht ein kurzes Feedback in den Kommentaren ob es euch gefallen hat ich weiß das ist ja Real Talk aber jo kein Plan auf jeden Fall ich bin raus Peace out liebe Freunde